Die Ampeldämmerung, schon lange hat sie begonnen, aber jetzt geht sie in das akute Stadium. Unglaublich, Habeck verhöhnt den Kanzler ganz offen. Christian Lindner hat die eigene Partei am Hals. Der Haushalt ist gescheitert und was macht Kanzler Scholz? Er duckt sich weg, vielleicht erinnert er sich nicht richtig. Alles der Reihe nach, es gibt so viele Nachrichten, dass man es kaum glauben kann. Bei Markus Lanz hat unser Vizekanzler Robert Habeck ein stehendes K.O. hingelegt und er hat sich öffentlich lächerlich gemacht über seinen Chef, über den Kanzler. Offenbar weiß er keinen anderen Ausweg mehr und da hat er auch noch etwas gesagt, was bemerkenswert ist. Jetzt gleich spiele ich das ein. Im ersten Teil ist das zu hören und leider nicht so gut, weil Markus Lanz da spricht. Eine Entscheidung, hinter der Sie gestanden haben? Ich will das nicht dem Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das sagt ja alles. Ja, man ist also gar keine Koalition mehr. Die Bürger merken, dass zwei Drittel der Bundesbürger sprechen Olaf Scholz inzwischen die Kompetenz ab. Nach dieser ganzen Haushaltskrise und bei Habeck und bei unserem anderen Vizekanzler, der offiziell gar keiner ist. Bei Christlian Lindner sind es nicht viel weniger. Knapp über 60 Prozent halten die nicht für Kompetenz. Für kompetent die Mehrheit der Bundesbürger hat diese Ampelsatt. Und jetzt ist etwas ganz Erstaunliches passiert. ARD und ZDF sind ja der Hofsender von Rot-Grün und Gelb ist ja nur ein Beigemüse, sozusagen eine Beigabe, wie man das im Gastro-Jargot sagt. Und jetzt plötzlich in der ARD, in den Tagesthemen ein Kommentar, der knallhart abrechnet mit Rot-Grün. Da schauen wir auch mal ganz kurz rein. Die Haushaltssperre ist das Eingeständnis, das die Ampel nicht mehr weiter weiß. Der Bundesfinanzminister geht heute kritischen Fragen zu seiner Verantwortung für das haushaltspolitische Desaster aus dem Weg. Robert Habeck wirft fleißig Nebelkerzen, um den eigenen Anteil an dem Irrweg zu verschleiern. Und der Bundeskanzler ist wie häufig bei Problemen auf Tauchstation. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen. Ist das die Politik der selbsternannten Fortschrittskoalition? In dieser Logik kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler will eine neue Regierung. Ja, dieser Journalistenkollege ist einer der ganz, ganz wenigen bei den Öffentlich-Rechtlichen, der nicht rot-grün ist. Er kommt nur sehr selten zu Wort. Dass er jetzt zu Wort kommt, ist erstaunlich. Vielleicht verlassen da gewisse Redakteure das sinkende Boot. Man weiß es nicht. Aus dem Bundestag erreichen mich interessante Informationen. Offenbar wird jetzt der Haushalt diese Woche gar nicht mehr gelesen. Das heißt dann, so sagen mir Insider, dass wir wahrscheinlich ohne einen Haushalt in das neue Jahr gehen. Man will jetzt auch für dieses Jahr noch den Notstand erklären. Also es ist Hanebüchen das Chaos, das diese Ideologen an der Macht angerichtet haben. Es geht ihnen um den Umbau des Landes. Sie wollen unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen und sie sind nicht in der Lage, ihre Hausaufgaben zu machen und eine solide Finanzpolitik zu betreiben. In meinen Augen diese ganze Umschichtung dieser Corona-Gelder, das ist meine Ansicht, war das nichts anderes als Betrug von Anfang an. Man hat einfach versucht, die Schuldenbremse zu umgehen. Und der große Mr. Schuldenbremse, der Christian Lindner, er nennt sich ja selber so, beziehungsweise er möchte gerne so genannt werden, der hat jetzt auch ein Riesenproblem an der Backe. Und zwar wird es aller Voraussicht nach eine Mitgliederbefragung geben über den Verbleib in der Ampel bei der FDP. Und zwar haben das FDP-Mitglieder aus Hessen initiiert. Die haben über 500 Unterschriften dafür bekommen und wie die Medien berichten. Deswegen muss es diese Mitgliederbefragung geben. Und die Ampel ist ja bei den AfD-Mitgliedern in etwa so beliebt wie ein Fußpilz bei normalen Menschen. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitglieder hier die Notbremse ziehen, durchaus gegeben. Christian Lindner hat ja immer gesagt, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt kehrt er das Ganze um. Sind wir ehrlich, diese Ampel hat fertig. Und das Beste, was unserem Land passieren kann, wäre es, wenn die aufhören und wenn wir Neuwahlen bekommen würden. Dagegen wird sich die Ampel aber mit Händen und Füßen wehren. Denn alle drei Ampelparteien wissen, dass sie da massiv Stimmen verlieren würden. Das heißt, die Abgeordneten würden ihre eigenen Mandate, ihre Pfründe gefährden. Und darum halte ich das für wenig aussichtsreich, dass es Neuwahlen gibt. Andererseits könnte es natürlich sein, dass die FDP wechselt. Aber dann müssten ja die Grünen mit wechseln, weil FDP und CDU zusammen haben ja keine Mehrheit. Also wir sind hier eigentlich im Moment in einem völligen politischen Papp. Diese Regierung kann nicht mehr. Die hat fertig, die hat abgewirtschaftet. Jeden Generaldirektor würde man rausschmeißen, wenn er sich so verhalten würde wie Scholz, der, wie gesagt, ja wieder einmal abgetaucht ist. Also vielleicht kann er sich auch gar nicht erinnern, dass hier irgendetwas läuft. Es ist phänomenal, was in diesem Lande passiert. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass wir als Neujahrsgeschenk ein Ende dieser Koalition bekommen, die unser Land kaputt macht. Ja, leider keine besseren Nachrichten. Im Nachklapp heute noch was zum Lachen. Danke fürs Reinschauen. Ich bedanke mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr kommentiert und damit die Algorithmen in Wallung bringt, in Bewegung bringt. Und wenn ihr die Glocke drückt bei Rambl, wo ich die meisten Videos jetzt habe, könnt ihr das ja nicht, aber es läuft wunderbar bei Rambl. Sehr hohe Abrufraten. Deshalb bei YouTube geringere, aber YouTube manipuliert ja hier, wie wir alle wissen. Wer kann bitte unterstützen? Da freue ich mich besonders. Im Moment geht es sogar noch per Kreditkarte unten alle Koordinaten. Und noch natürlich ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, wer da noch auf der Suche ist. Die wunderbaren Artikel aus dem Unterstützer-Shop. Hier ein neues Motiv. Ich erhebe mich ein wenig und dann könnt ihr es sehen. Mit viel Humor, aber die Humoreinlage gleich im Backstage. Alles Gute. Ciao. Das ist ein Fundstück von meinem kurzen Aufenthalt in Berlin. Aushilfen innen. Und das ist, ich war glaube ein Blumenshop, war es in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Und das sind nicht Aushilfen für innen, die hier gesucht wird, sondern man versucht mit Gewalt zu gendern und ist dazu zu dumm. Also eigentlich eine Art Idiotentest. Und was diese Gendersprache für eine Funktion hat, darüber glaube ich müssen wir mal ein eigenes Video machen. Das wäre verschenkt hier im Nachklapp, weil es ist so eine Art Uniform. Nur eine verbale Uniform, mit der man zeigt, dass man dazu gehört zum rot-grünen bzw. Woken Mainstream. Danke fürs Reinschauen. Alles Gute. Ciao. Ja, und noch ein Tipp für Weihnachtsgeschenke. Mein Buch, das neue bzw. meine Bücher, unten die Links auch auf das neue Buch, wo man es sicher bestellen kann. Bei Amazon gibt es immer wieder Probleme, dass es nicht bestellbar ist. Was aber auch daran liegt, dass es bei Amazon selber nicht gelistet ist. Das wollte der Verlag so. Deshalb geht das dann nur über Marketplace. Also es ist alles Irrsinn, wie das auf dem Buchmarkt abläuft. Da erfährt man viel Neues und nichts Schönes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bekomme auch immer wieder Briefe, die dann sagen, ja, ich habe Ihr Buch hier bestellt. Ich bekomme es nicht oder andere. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe es geschrieben und damit endet auch meine Tätigkeit. Unten ist aber ein Link, der zuverlässig ist und wo ich dann im Zweifelsfall auch intervenieren könnte, wenn wirklich etwas nicht klappen sollte mit dem Versand. Aber da klappt es eigentlich immer. Das war es. Alles Gute. Einen guten Rutsch in die Vorweihnachtszeit. Ciao. Macht's gut. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage sechs Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de also endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein. Freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.